So, hallo alle zusammen. Ja, jetzt ist es wieder soweit. YouTube ist immer irgendwie noch nicht so weit, dass es Benachrichtigungen an Kanalmitglieder sendet, wenn ich was für Kanalmitglieder hochlade. Deswegen stelle ich es jetzt hier auch nochmal vor, dass die ganzen Kanalmitglieder also auch sehen, dass jetzt das große Deck wieder bereit ist. Also wir schauen ja mal für die Kanalmitglieder jeden Sonntag mal rein in die nächste Woche. Ja, was gibt es denn da so für Energien? Was schauen wir uns denn an? Was ist wichtig nächste Woche? Also ich sehe hier schon in Sachen Romantik, Sex vielleicht auch, da wird es schwierig, aber da kommt am Ende was in Bewegung. Da heißt es auch ein bisschen an sich selbst was tun, was verändern. Dann schauen wir mal rein, was wir da noch für Energien haben. In der Gesundheit gibt es da ja was für die Finanzen. Da kann man auch mal reinschauen. In den Job schauen wir natürlich auch mal rein, was es da für Impulse gibt. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus für die nächste Woche. Und da würde ich euch vorschlagen, ihr schaut jetzt einfach mal rein und wenn du keine Ahnung hast, von was ich jetzt hier rede, kann ich das verstehen. Es gibt jeden Sonntag ein großes Deck, die 36er Legung für die Kanalmitglieder. Das heißt also, ja, wir schauen mal, was in der kommenden Woche so passiert. Also wenn dich das auch interessiert, Kanalmitgliedschaft kannst du abschließen. Erster Link unten in der Videobox, geht ganz einfach. Und ja, dann freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Video.